Hallo Leute, Willkommen zu einer neuen Folge von Castle Crashers mit Hello Dry, Eyes Eye and May. Und wir schauen jetzt erstmal, ob du dir ein neues Pad holen willst, oder? Ich? Ein Pad? Ja, ein neues Pad. Wir wissen ja gar nicht, was das Pad macht. Achso, ich dachte Game Pad, weil meins vorhin runtergefallen ist. Willst du das haben? Hier, das ist super. Das passt schon. Hier, wir gehen jetzt mal in den Stall kurz. In den Stall? Okay, das ist geil, Stall auf jeden Fall. Hier kannst du jetzt schauen. Geil. Du kannst jetzt zum Beispiel... Der Hund ist schon süß da unten hier, ne? Den Hund. Was steht bei dem? Kannst du zu der Schwester gehen? Hey Schwester. Du hast jetzt leider keins. Jetzt, ja. Doch. Jetzt gehen wir zu der Schwester. Jetzt hast du den Hund wieder. Giraffen hilft dir schneller aufzusteigen. Geh mal, weg. Geh weg. Dann hat er sich die Giraffe geholt. Weil ich die da vorgesetzt habe. Der Hund hilft dir schneller zu graben. Nee, warum braucht man den Graben? Schnurr ist schneller wahrscheinlich. Schnurr ist schneller wahrscheinlich. Schnurr erhöht deine Stärke. Ah, okay. Dem gehört der hier nochmal. Die Fledermaus, die hat einer von euch noch. Ey, hier links ist noch mehr. Wir können noch weiter. Wir können noch weiter. Das ist meiner. Ja, sorry. Wie? Pack nicht mein Alvi an. Hier ist noch mehr. Was macht der Geißbock? Das sieht aus wie eine Klopapierrolle. Geißbock. Schau mal. Ey. Geh mal mit der Giraffe da weg. Ey, das war meiner. Warte mal. Eulchen bringt versteckte Früchte von Bäumen. Na ja. Eulchen? Achso. Wow, den will ich. Den will ich. Okay. Yes. Dann hast du den FC Geißbock. Aber da links ist noch mehr. Was für ein FC Geißbock. Was ist der? Mann, jetzt lass mir den noch mal. Hier, ich muss mir ja jemand anders erstmal holen. Hier, nimmt sich noch um einer die Schnecke noch. Okay. Dann haben wir alle. Wollen wir die Snake? Glaube ich. Und was mit der Kleine? Jetzt hol dir doch da den Bock. Warte, wir gucken noch die anderen. Den hier, habt ihr den? Den hab ich schon. Der macht mehr Stärke. Achso, okay. Ich kann nicht lesen, was der hier macht. Seepferd. Lässt sich schneller durchs Wasser bewegen. Brauchen wir auch noch nicht. Was kann der? Snail Bird. Er nimmt deine Verteidigung, aber verringert deine Agilität. Ne, ne. Das wollen wir nicht. Okay, dann hol ich mir jetzt den Bock. Ich find meinen super hier. Ja. Schön auf den Köpfen. Ich hol mir die Giraffe, um schneller aufzusteigen. Noch schneller. Ja stimmt, ne. Das hab ich mir auch schon gedacht. Das war mir klar, dass du das jetzt auch noch nimmst. Ne, aber schneller aufsteigen im Sinne von Level, oder? Ja Level. Heißt das nicht aufsteigen, einfach springen? Ne. Da wird er, glaub ich, springen stehen. Oder Agilität. Naja, aber... Aber ich glaub ich... Ich mein, das ist ne Giraffe. Was hat ne Giraffe mit Level aufsteigen zu tun? Hier, Chicken. Ich nehm nicht Chicken. Die ist halt hoch, ne. Hohes Level. Die Ore. Ja die Staate... Oh, die Raffe. 類bste be- Ey, isseir�fis. Ey, oh, ey! Ey, oh, ey! Ey! Ey, ey, ey! Mann! Das ist nicht leicht gell? Okay hat er jetzt wieder. Jaaa. Ja, meine Mama! So. Jetzt gibt er noch et eis und dann geht er los. Au! So wir rennen jetzt los. So, rechts, 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 rechts... recht 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 hohen links 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 doing links auf Guck mal, ich attackiere die voll krass damit. Ich mache 40 Schaden. Was ist das denn? Ich weiß es auch nicht so genau. Macht es ihr es mal? Einfach nur... Springen? Einfach nur Magie und springen. Geht nicht. Passiert nichts. Also passiert nichts. Vielleicht bin ich einfach nur... Oh ja. Hast du denn Magie noch weiter geskillt oder was? Ich mach dir. Ist gleich voll. Also ich glaube noch 4. Pass auf, oh ja. Oh, ich bin auch gleich Level 8 endlich mal. Stimmt. Ist ja noch Level 7. Ja, reibst du mir nicht unter die Nase. Oh, du bist ja noch Level 7. Das Problem ist, ich finde mich selber nicht mehr in dieser Menge wieder hier. Ah, das verstehe ich. Weil guck dir das mal an. Das sind alles nur so viele. Ich bin die ganze Zeit nur noch am Springen. Das ist richtig geil. Das macht vor allem mega viel Schaden. Wo bin ich? Ach da. Mit dem Zweifel hätte ich niemals gerechnet, dass ich das da bin. Unglaublich. So, jetzt wieder. Au. Alter, ich bin gleich tot. Ich glaube du nimmst den Drank automatisch. Scheiße. Ich hab mir jetzt auf jeden Fall einfach genommen. Ich weiß gar nicht mehr, was kann nochmal mein komisches... Was hast du mir genommen? Der Ramty Feinland. Macht der irgendwie nicht. Ah doch, jetzt hat er es gerade gemacht. Geil. Ja, der macht das ja auch nicht die ganze Zeit. Geiler Dudaler. Ist der ein geiler Bock, ey. Hat der Bock, oder was? Der macht richtig Bock. Oh Gott, war der schlechter Lodri. Schießt einfach ein bisschen von hinten hier rum. Macht's mir überhaupt gar keinen Schaden und ich treffe auch keinen, aber irgendwo... Oha, jetzt hab ich gut gemacht. Ey, was machst du denn hier? Okay, Leute, jetzt geht's ab. Macht voll Spaß. Ich weiß halt nicht, wer ich bin, deswegen macht's nicht so viel Spaß. Oh, das ist Level 11. Wer ist wohl Level 11? Ich bin Level 11. Alles klar. Ja, wusch. Chili-Sos. Wusch, wusch. So. Und? Ah, ja. Und gleich Level 8? Ach, ja. Jawoll. Jawoll. Jawoll, komm, 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 komm. Ne, du. Was ist mit ihm hier? Ne, du, hallo, Tri-1. Ne, hallo, Tri-Doo. Ah, du bist ja gar kein Feind. Freund oder Feind? Die Mucke ist einfach die geilste. Geil, Lala. Aber guckt mal, wenn ihr Magie drückt, dann geht ihr schneller. Kennt einer Gesaffelstein? Kennt keiner, ne? Gesaffelstein. Ist ein komischer DJ. Jetzt genauso an wie diese Mucke, die hier im Hintergrund läuft. Vielleicht kennt einer von euch Gesaffelstein. Ich kenne nur DJ Teddy O's. Teddy O's? Das bin ich. Das ist dein Name? Nein! Aber es gibt doch den DJ Teddy O's. Du holst das mal. Der O's hat bestimmt schon was hochgeladen. Wollt ihr hier gar nicht hier durch? Ah, ne, ihr macht da hinten. Ne, ich mach dir den Weg. Jetzt hier, du musst ein Sandwich essen. Mann! Wann wirst du groß? Warum hast du das genommen? Was? Das ist so fies, Alter. Ich wollte es gerade nehmen. Als ob. Du warst vorher so ein kleiner Schilder. Hey, da ist einer noch. Warte. Ja, na, jetzt bin ich so ein Riesen... Jolo, Jolo. Ein Riesenspaß. Jolo. Bitte? Bitte? Bitte was? So. Boah. Okay, hier. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Scheiße, ich hab schon wieder in den nächsten Jahren. Diese ganzen komischen Teufel, die erregen mich auch. Ich hab nur noch zwei Tränke. Wie, nur noch zwei? Ich hab gar kein mehr und bin tot. Ach so. Hä, du bist tot? Ja, klar. Hä, warum? Chillst du doch doch. Warte mal. Ich chill einfach. Helft mir. Ich halte dir vom Leib, okay. Ne, ich halte dir vom Leib. Ach so, du hältst mir vom Leib. Ich versuch's zumindest. Ja, aber klappt irgendwie nicht so, ne? Doch. Doch. Und Alonis ist auch recht tot. Ey, ich hab jetzt einen Trank genommen in dir, du Hund. Wollt ihr mir gar nicht helfen? Mann, ich mach doch. Hier, guck. Jetzt. Jetzt. Ja, jetzt war ich's. Ich hab dich sowas von belebt, Alter. Ja, aber danke, ne? Ja, eben, bitte. Ja, eben. Was beschwerst du nicht? Auch noch First World Problems. Oh, du hast mich belebt, bitte. Das ist ein Burger. Wer braucht ein Essen? Oh, ja, ich. Die attacken echt gut, Boys. Ja, ist ja auch ein geiler Charakter hier, die du spielst. Aua. That's what she said. Jetzt fängt das doch wieder mit dem That's what she said an. Mann, es passt halt leider. Ich kann nix dafür. Es passt immer. Es hat aber auch richtig gut gepasst. Richtig gut reingepasst. Scheiße, Alter. Das ist ja nicht. Ja, der passt richtig gut rein. Wo bin ich? Ah, ja, ja. Ich weiß gar nicht, welche jetzt immer der. Ah, ja. Ich weiß es halt selber nicht. Boah, die können halt mittlerweile auch echt heftige attacken, ne? Ja, die sind gerade echt gut, die Gegner. Ich glaube, jetzt hab ich gar keinen Drang mehr schon wieder. Boah, von beiden Seiten so. Voll rein. Boah, 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 da. Von beiden Seiten voll rein. Ja. Vorne und von hinten. Sag selber. Ne, ich bring's nicht in das. Wir haben nur die Vorlage gegeben. Wieso bin ich der, that's what she said, guy? Ich mach's doch gar nix. Hä, nicht? Scheiße. Ah, jetzt hat er automatisch einen Truck verwendet. Ja, cool. Ja, geht. Ich wollte ihn eigentlich nicht verschwenden. Aber schön. Vielleicht hätte ich auch irgendwo... Nutz ihr die automatisch? Ja. Ja. Ich hab keinen mehr. Ja, du kannst die zerstören, irgendwie. Ich glaube. Toll, jetzt bringt's auch nichts mehr. Hä, wie? Warum nicht? Wenn da irgendwie Hapa rauskommt, ne, dann auf jeden Fall. Hallo, Drey oder ich. Ja, ich bin ja der, der aus Level 8 ist, aber ich brauch das nicht. Hey, du hast doch volles Leben. Ja, und? Was für volles Leben, Deka. Deka. Deka, ich hab kein Fall. Deka, ich weiß nicht, wer ich bin. Deka. Ja, ich bin da. Ach, scheiße, Alter. Ich bin so im Arsch, Alter. Zack, 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 zack. Und die kranken Kombos kommen jetzt hier jeden Moment. Ich bin schon total aufgeregt. Richtig am Kombo. Kombo, Bongo. Ah, nee, nee. Nein, ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Belebt mich wieder. Belebt mich wieder. Okay, okay, okay. Ich bin rechts. Belebt mich wieder. Okay, 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 okay. Wo bist du denn? Ach, rechts. Da bin ich. Rechts auf der anderen Seite, ne? Danga, Allah. Bitte. Gerne. Aber mir hat richtig wenig Leben, nur leider. YOLO. Ich bin auf dem Draufküpf. Pommes. Pommes? Dafür beleben wir die, machen wir die alle fertig. Go. Ah, shit. Welcher ist, welcher bist du da ist? Ich bin ganz rechts. Oh, okay. Ich habe versucht, irgendwie auf dich zu schießen. Einfach draufhauen. Die Boys. Scheiße, ein Crit. Oh, ich bin down. Boys, I'm down. Ich bin noch da, glaube ich. Ja, ich bin, glaube ich, noch da. Ich bin, glaube ich, noch da. Ich glaube, ich bin noch da. Ja, in dem Chaos erkennt man das ja manchmal nicht. Ja, so eine schöpferische Pause muss auch mal sein, gell? Also dafür, dass du hier der mit dem höchsten Level bist, ist das eigentlich schwach? Sehr schwach. Wie, dass ich jetzt zum ersten Mal am Boden bin. Ich bin sogar ein bisschen peinlich. Ich finde es auch sehr peinlich sogar. Lass mich den beleben, den kleinen. Komm her. Du musst immer. Oh ja, ganz schnell. Du hast jetzt mehr Leben, aber als ich. Ja gut, stimmt. Wir haben alle ziemlich wenig Leben. Das ist auch nicht schwer, ne? Danke fürs Kompliment. Mann, lass mir doch das. Du kriegst nix mehr. Ich belebe dich und dann, ach scheiße, wird das jetzt heftig. Und jetzt haben wir wieder so wenig Leben und ich habe keinen Trank. Oh ja, ich habe keinen Trank. Wir haben alle keinen Trank. Oh. Wer bist du denn? Na, du. Was ist denn das? Oh ja, ganz viel, ganz viele Dinge an sich. Das ist mein Vater. Ach, scheiße. Guck. Dein Vater. Ja, guck da. Dein Vater, oder was? Dein Vater. Dein Vater. Vater. Ey, Vater. Ah ja, stellen wir uns alle in eine Reihe auf und schießen einfach alle. Wir sind hier am shooten. Boah, Alter, die sind hier voll weggefetzt. Heftig. Heftig. Mächtig. Boah, wer steht denn da so mittendrin? Du bist der Tank, oder was? Ey, das ist gar nicht mal so schlecht die Taktik, ne? Ja, ich bin ich ja wirklich. Ja, vor allem, weil der dann so... Wir schießen einfach von hinten rauf. Der macht dann so die Überkombos, aber ich muss jetzt raus wegen meinem Leben, ne? Okay. Wegen deinem kranken Lifestyle. Zum Beispiel. Scheiße, ich bin im Arsch. Also am Arsch, nicht im Arsch. Nicht im Arsch, dann. Ihr lebt mich mal wieder, alle. Ja, danke. Ja. Geil. Geil. Ja. Ich stehe daneben und tue auch so, als wir das machen. Aber es schleckt halt. Ey, ich hab echt viel Leben, alle. Ich geh jetzt voll ab. Bitte. Bin sogar schon fast ein bisschen Level 10. Also eher 8. Du bist overpowered. Oh shit. Oh shit, alle. Oh shit. Oh fuck. Einer kann sogar fliegen. Also die können alle fliegen. Okay, wo ist denn der Tank? Ja, der Tank kann überleben. Junge. Alle rechts. Okay, ich bin voll drin. Oh shit, ich bin gleich am Arsch. Am Arsch. Oh scheiße, ich bin tot. Nein, ich hab Level ab. Ich hab volles Leben wieder. Wir sind beide tot. Ich mach einfach Harakiri alle. Okay, ich mach Harakiri. Mann, du hast doch voll... Ja eben, du hast doch das hier alles. Ja, chill doch mal. Geh doch erst weg. Wir lieben uns später. Geh beliebt uns so später. Schau mal, wie wenig Leben ich hab. YOLO. Boah, jetzt sind wir alle tot. Jetzt sind wir alle tot. Hallo, Drian. Es kann doch nicht so schwer sein, gegen 10 Leute zu gewinnen. Es kann nicht so schwer sein, alles alleine zu machen. Mein Gott. Oh, ich kann. Oh. Ja, mach mal. Was soll ich, was sagt ihr? Gesundheit mal ein bisschen, ja. Ja, Verteidigung würde ich ein bisschen... Ja, ich sterbe mal so schnell. Genau, ich auch. Deswegen mach ich auch ein bisschen drauf. Ja, der, der ist hier übers Killer, Alter. Der ist überall ein bisschen... Magie füllt er auf und auf und auf, das Killer. Passt, passt. Skiller. Weiter geht's. Wobei ich aber gleich wieder stärker mache. Noch rein in die Kiste. Lauf, 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 oh ja. Ne, ich bin nicht ernsthaft direkt in diesen scheiß Lavastrom reingelaufen. Ja, shit. Oh man, ich Idiot. Hast du gesehen, wie er fleißig auf den Köpfen rumkaut? Ja, richtig. Mein Alvi, der ist der Beste. Alvi. Mein komischer Geissboch, der macht irgendwie gar nix. Der rammt. Nee. Ein richtiger Rammler. Der rammelt gar nix. Total enttäuscht, der rammelt gar nicht. Du musst ihn auch mehr beobachten. Du musst ihm mehr Zeit widmen. Du bist immer nur mit dir selbst beschäftigt. Ja. In der heutigen Zeit. Wie soll er denn rammeln, wenn du... Mann! Ich will dir nicht beim Rammeln zugucken. Hä? Dann guckt er auch echt. Oh ja, schießen. Super, jetzt haben wir einen Black gemacht. Ich hab einen Black gemacht. Glaub ich sogar. Mit meinem geilen Blitz. Sauber, Feuer. Feuer, oh. Ui, danke. Feuer. Feuer. Feuer, frei. Das war mal im Freizeitpark in L.A., da hat der dann immer... Ich weiß nicht warum, dann stand der Typ einfach an der Seite und immer... Feuer, Feuer. 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 Ich weiß nicht warum, was heißt das? Heißt das in irgendeiner Sprache, los, los, habt Spaß? Feuer, Feuer. Ist das nicht so ein Piratenausruf? Keine Ahnung. Klang nicht nach Pirat für mich. Denn die macht ja auch mal Ei, Ei, ne? Ah, okay. Oder Arr. Arr. Oh shit, Alter. Oh shit, Alter. Oh ja, oh ja, Apfel, Apfel. Yes. Gottverdammter Situation. Warum haben wir uns eigentlich wieder keine Tränke geholt? Ich bin Level 12. Äh, weiß ich gar nicht. Ey, Herr Ludrich, hol dich noch einen. Hm, du bist richtig am Einholen. Ich möchte dich um einen heilen. Ich mach das echt. Ja, weil ich jetzt gerade hier gegen die ein wenig Schnitte hab mit meinem Feuer. Richtig schneitig. Ja, als ob ich nicht Feuer selber wär. Als ob ich nicht Feuer selber wär. Ich hab auch Feuer. Du machst ja mehr Schaden über deine Attacks. Boah, guck mal diese Kombos, die sind so krank. Bist hier am Kombo rum. Ja, ich mach auch heftig Kombos. Boah, oah, oah. Kann mich auch mal einer loben, ich mach auch heftig Kombos. Hallo. Hallo. Scheiße, jetzt bin ich auch ins Feuer gelaufen, ey. Oh ja. Aber wie er auf dem Kopf rumgekaut hat, das ist einfach perfekt. Richtiger Kauer. Boah, der muss irgendwann auch richtig schlau sein, wenn ihm die ganzen Gehirne da auffriegelt. Oh, sorry, jetzt hab ich, ja, wollte ich nicht so richtig. Danke, kein Problem. Ey, ist egal, ich brauch's nicht. Deswegen, weißt du, deswegen ist er immer so gut. Oh Mann, ey, das tut mir doch total leid. In den Rachen schiebt. That's what she said. That's what she does. Ey, da liegt jemand. Jetzt sind wir beide tot. Wir sind beide tot. Ja, jetzt sind nur noch Teufel. Ach, eins. Teufel oder Teufel. Devil against Devil. Du könntest einfach immer nur abhauen und einfach deinen Typen hier alles einfach zerkauen lassen. Ja, stimmt. Du könntest einfach immer nur abhauen. Das dauern halt. Kau, 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 kau. Dauern ein bisschen, ja. Ich muss jetzt noch herausfinden, welches die richtige Taste ist. Yeah. Yeah. Einer muss ablenken, einer muss beleben. Boah. Okay. Kaira belebt. Nee. Nee. Jetzt. Oh, das ging voll schnell. Ja, dann, wenn du es schnell machst, dann kriege ich halt nicht so viel Leben. Wenn du es immer an den richtigen Punkten machst, dann kriege ich mehr Leben beim Wiederbeleben. Oh, du hast ja gar keinen, an der O's hat gar, wir haben alle gar kein Leben. Richtig chill. Ich habe immer noch mehr Feldnismäßig am meisten. Und das ist schon nicht viel. Müssen euch immer abhauen und zack. Hit and run. Sorry. Nicht jump and run. Hit and run. Oh ja, aber wir können es sogar schaffen, hier einigermaßen durchzukommen. Gegen die jetzt. Mal gucken mal unser Leben, was denn es ist, wenn ein Ad-Boss kommt hier. Der Endgegner oder was? Endgegner. Bushido wartet auf uns. Ja eben. Das ist ja mit dem Bushido kämpfen. Ah gut. Das geht eigentlich klar. Oh, jetzt kommen aber welche von... Ah ja. Die Toast-Bot ist mal wieder. Und dann kriegt er ein paar Feuerball-Lands-Days. Oh man, ich habe die ganze Zeit daneben gerade hier. Ich mache das Ding hier kaputt. Ah. Das geht doch erst, wenn wir wieder groß sind. Nee. Achso doch, wegen dem Toast auf dem Tor. Auf dem Tor. Toast of Doom. Da ist ein Toast. Jetzt nimmst du. Da hat er schon wieder auf sich... Ah. Hä, das war ich diesmal. Ich schimpf nicht immer direkt. Aber ich, du wolltest schon wieder... Weißt du, ich lebe ziemlich kurz. Jetzt X. Ah, hab schon. Hab schon. Ich hab's doch schnell. Schnell. Ich hab alles. Boah. Richtig viel live. Richtig um lifen. Jawohl. Jetzt habe nur ich wenig. Ich habe ruhig gelebt. Ja, aber dafür nehmen wir dich ja dann gleich wieder an. Ey, wir brauchen einfach mehr Tränke, habe ich das Gefühl, oder? Oh, hallo. Nein, Nudeln. Action los, ey. Ich hau von oben drauf. Geil. Ich hau von oben drauf, bis die Wolken wieder lila sind, Alter. Die machen so viel Schaden. Das ist unglaublich. Oh, ja. Hit and run, hit and run, hit and run. Scheiße, ich bin tot. War nichts mit Hit and Run. Das könnt ihr ja schaffen, eigentlich. Ich liege irgendwo mittendrin im Gefecht. Ja. Wo das Problem ist, wenn die mich immer... Boah. Boah, Alter, schießen. Schau mal, die sind so... Ah, es wird nichts. Ihr seid zu schwach. Hallo, die von der nicht... Oh! Ich hab dich wiederbelebt. Ich bin tot. Ja, ich hab halt irgendwie keine Schnitte, weil die mit ihrem Feuer super effektiv sind gegen mich. Die treffen mich dreimal und ich bin kaputt. Scheiße, ich bin schon wieder tot. Ey, was macht ihr denn? Ja, ich hab doch nichts gehabt, Mann. Alle sind wir schon wieder. Was wollt ihr eigentlich? Ich bin Level 8. Ach, nochmal. Ihr seid vier Level stärker als ich. Da musst du jetzt mal mehr Stärke skillen, hallo. Ja. Nee, mehr... Du musst mal mehr Stärke skillen, Alter. Mehr Verteidigung. Nee, mehr Stärke skillen. Ach so, jetzt kommen wir Tränke. Links, 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 links. Hoch, rechts, rechts, rechts. Da waren wir doch schon mal, dann sind wir doch nicht hochgekommen. Ach so, hier sind die Tränke, genau. Jeder will dann haben. Ich lau'n Trank, ich lau'n Trank. Kauf erstmal. Zwei, drei, vier, fünf. Weg. Nee. Fünf, mehr gehen nicht. Ah, Mann, noch. Es geht nur vier. Ja, okay. Fünf. Fünf gehen? Ja. Kaufen, 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 kaufen. Jetzt bin ich da. Eins, zwei, drei, drei, drei. Kann man die noch zusätzlich kaufen? Scheiße, ich hab gar kein Geld mehr. Kaufen? Ja. Vorsicht, die kaufen. Kauf mir eine. Kauf mir eine. Kauf mir eine. So ein kleines Kind zur Mama. Kauf mir eine. Kau'n jetzt, dann go, 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 go. Kau'n wir den auch kaufen. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Okay. Okay. Oh ja. So, links, 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 hoch, 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 hoch und kauf. Nein. Wer hat da gedrückt? Was gibt's denn hier? Eis? Ja. Gab's Souvenire, Alter. Ey, wie oft wir diese Level spielen müssen? Ja, wie oft. Ist das normal? Mann, wir sind halt noch so niedrig gespielt. Oder wir müssen mehr Hit and Run machen, nicht einfach immer nur ins Gefechten, einfach nur alles. Ich glaube, mit meinem Charakter ist das nicht schlecht, wenn man volle Möhre reingeht. Das kommt aber auch immer drauf an, was du geskillt hast, ne? So, wenn du eine... Wenn du Magic hast und dann Magie hast und dann wieder Hallodreh immer so von außen ballern kannst, ist das wahrscheinlich ziemlich dumm, mitten reinzugehen. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ich geskillt hab. Nix, glaub ich. Ich hab relativ viel Stärke, deswegen geh ich da volle Möhre rein und mach ein paar Combos und dann Bailons. Ja, gibt sogar Sinn, Alter. Boah, das war knapp. Im besten Falle zumindest. So, Eisheim, wer bist du? Ich bin da unten links hier. Aber ich mach den grad selber irgendwie. Ich versuch's zumindest. Nee, nicht wirklich. Der rennt hier weg. Aber echt? Der rennt vor dir weg. Lässt den weg, oder? Ey, komm schön drauf hier alles, ja. Zack, schön immer drauf auf die Kiste. Boah, Alter, wie viel die aushalten. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Ja, ne? Wir hauen da zu dritt richtig drauf. Das Problem ist, glaub ich, wir schießen immer, obwohl er am Boden liegt, weil da macht das ja demnächst aus. Doch, die Magie macht dann doch trotzdem was aus. Hä? So hat der Hallodri mich doch immer zerstört auf dem Boden und dann die Magie tausendmal drauf. Weil du aufgestanden bist. Ja. Genau in dem Moment treff ich dich. Ja, ich geb halt so schnell dich auf. Ich steh halt dann direkt wieder auf. Deswegen müssen wir gleich immer warten, sonst verballern wir ja die ganze Energie, Ach, kleiner Stehauf, Mönchen. Aber die lädt sich ja richtig schnell wieder auf, die Magic. Naja, bei euch vielleicht und mir, ne? Ich bin ja noch kleiner geskillt, also. Ich bin ja mittendrin. Scheiße. Schon nervenkrank. Bei dir? Bei mir auch. Nee, bei dir. Achso, ja. Also ich versuch jetzt die ganze Zeit hier Hit-and-run-mäßig unterwegs zu sein, aber das ist auch gar nicht so leicht. Muss man sich schon mal ein bisschen konzentrieren, ja? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, du wirst. Wo bin ich denn jetzt hier wieder? Ist ja grad einer irgendwie... Also in der Attacke mach ich halt viel Schaden. Ja, was ist denn das für ne Attacke? Ja. Wo kommt die auf einmal her? Oh, jetzt sind wir grad... Die lag da auf der Straße und dann... Oh, ich bin gleich Level 9 endlich. Ich find nie so ne Attacke. Wieso können wir nicht weiter? Ist da noch einer? Wahrscheinlich. Oh, nein. Na, du Nudeln. Vorvoll ins Feuer. Macht den Ball nächstes Feuer, aber nun ist es eigentlich auch nichts. Und weiter. Heiler-Löhr-Löhr-Ginger richtig abgeholt. Ich bin einfach nur viele Tränke. Wir haben einen Frankreich und ich habe einen Frankreich und ich glaube, ich habe auch noch keiner weiß zu genau. Ich glaube, ich habe noch. Aber jetzt hat er... Die sind ja nicht erlaubt. Ja, aber ich auch. Ja, aber ich auch. Scheiße. Ja, voll irritieren. Soll ich dich angreifen. Na ja, ich merke das schon, ihr seid schon ein bisschen manchmal verwirrt und versucht, mich irgendwie zu hauen. Ja, aber... Ja, und dann springt man wieder genau in den Feuerball von denen her. War das so ein Feuerball-Junger? Ja. Boah, jetzt beide gleichzeitig alle. Oh, ja. Jetzt gehe ich richtig ab. Ich war nämlich fast am Sterben. Ich bin gleich das Level wie Halodri. Ey, richtig geil. Freut mich voll für dich. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch irgendwann mal stattfinden wird. Nicht? Nee. Ich habe schon an dich geglaubt. Oh, jetzt gehen wir gerade ganz gut. Schau, jetzt haben alle drei alles voll. Könnten wir vielleicht sogar schaffen, ausnahmsweise. Puh. Wird auf jeden Fall knapp. Wo ist der? Ah, der linke ist das. Oh, jetzt der rechte, ne? Ja. Nicht das hier. Oh, da habe ich schon wieder das Ding. Dann mach doch. Halk, alle. Oh, ja. Die Tür auf. Er macht doch die Tür auf. Er ist doch auf. Ach so. Ist doch schon. Jetzt wird es spannend, der Lauf. Was meinst du? Wenn die mich immer treffen mit ihrem Scheißball. Boah, Party. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil das ist ja echt. Richtig am Party, ey. Einfach nur Massaker, alles am eskalieren, ey. Ey, sich schon hier. Ist das dein Laden hier? Ist das deine Eskalation hier? Hast du das praktiziert, deine Eskalation? Du. Ich stelle der, der das angefangen hat, sich ganz leer. Richtiger Anfänger. Oh, ich gehe mal, glaube ich, schon ganz gut. Ach so, wir wissen es nicht. Da ist noch einer da. Ah, wir haben uns beide gleichzeitig abgeschossen. Der in der Mitte. Wie viel der hat. Wie viel hat er denn? Scheiße. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Ach ja. Aber leben sich nicht so gut aus. Wir haben noch vier Arme. Ja, wir haben noch ein paar Dränge. Wir haben noch ein paar Dränge. Dränge, Dränge. Dränge, Dränge. Spielen wir noch ein bisschen. Müssen wir auch mal wieder Pause machen. Boah. Oh, heile Witzka. Ich würde sagen, wir machen hier gleich Pause. Wir machen auch noch fertig, die Jungs. Aber ist das eine verdammte Party? Geben mir auch ganz schön. Weißt du, irgendwie, manchmal denke ich mir an YOLO. Manchmal denke ich mir auch, ich gehe einfach hinterm. Geh doch nicht YOLO. Okay. So, okay. Aber gerade mache ich eher YOLO, weißt du, na ja, klar, muss auch mal sein. Wannkönig sind schon, muss auch mal sein. Boah, ne schnappte sich, ey. Wer ich? Ja, nö, ich doch nicht. Na na, na na, papa. Na na, na na. Na na, papa. Hacke, bitte. Komm. Wie lang ist das denn? Mann, jetzt. Ah, lass mich. Danke. Ja. Jetzt lassen wir hier noch kurz die Statuen fertig machen. Oh ja. Das ist anstrengend. Dann machen wir hier kurz einfach Pause. Oder? Boys. Hier kurz Pause? Ja. Wollen wir dann den Entwurz zerstören gleich? Wir eskalieren gleich. Entgültig. Wir haben genug Tränke. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat mit dem O's. Au! Dann gebt mir den ganzen Daumen hoch. So geht das Ganze, sagt O's ist super, kehrt. Hashtag OG ist super. Könnt ihr schreiben. Hätte ich jetzt nicht gesagt, ging aber müsst ihr nicht. Könnt ihr schreiben. Jo. Perfekt, ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Ciao.